Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer ganz besonderen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du immer noch bei mir bist. Happy Birthday to you, Happy Birthday to us, Happy Birthday liebes Mamsterrad, Happy Birthday to us. Ich wünsche dir alles Gute zum Jubiläum. Danke meine Liebe, wünsche ich dir auch. Schön, dass du an meiner Seite geblieben bist. Das ist so verrückt, ich finde es auch ganz krass. Ja, 55 Folgen heute vor einem Jahr, nee nicht heute vor einem Jahr, sondern am 1. Mai-Wochenende vor einem Jahr sind wir online gegangen. Wir waren das erste Mal verrückt, was seitdem alles passiert ist und überhaupt, wie unsere gemeinsame, fixe Idee zu solcher Institution geworden ist. Institution? Hör mal ein Wort hier, du. Nee, tatsächlich. Spannend, dafür, dass die Idee ja eigentlich aus reiner Verzweiflung entstand, dass du dir nicht merken konntest, was ich immer so Schlaues sage. Will das jetzt aufzeichnen? Wir hatten am Anfang ja noch die Namensidee, was ich dich noch fragen wollte, ne? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, ein Jahr und so viele von euch sind jetzt auch schon von Anfang an dabei, sind immer noch wieder dazugekommen, fiebern, immer schön mit uns mitgeben, tolles Feedback oder auch manchmal kritisches Feedback, was wir genauso toll finden. Ja, und irgendwie können wir alle einen herzlichen Glückwunsch auf uns gemeinsam aus dem Mamsterrad an uns alle richten, nicht nur an uns beide, auch an die tollen Mamster da draußen. Ja, ich habe auch das Gefühl, also gerade, du hast es gerade schon angesprochen, das Feedback, was wir zurückkriegen, mir geht da wirklich immer das Herz auf, wenn ich merke, wie viele Leute wir inzwischen berühren und wie vielen Leuten wir inzwischen tatsächlich schaffen zu helfen. Also, ob das jetzt Mamas von Schreibabys sind, da hat mich gerade diese Woche wieder eine ganz verzweifelte und ganz liebe Mail erreicht, oder ob das Mamas und Eltern von Kindern in der Wackelzahnpubertät sind, ob das so Themen sind wie Corona. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen hier was wirklich, wirklich Gutes und das freut mich. Also ich mache das wirklich gern. Ja, ich auch. Und ich habe auch das gerade so ein bisschen als mein Highlight immer wieder in der Woche. Dadurch, dass wir jetzt wöchentlich aufnehmen und nicht mehr auf Vorrat, sind wir ja auch wirklich wochengenau aktuell. Und das ist, diese Aufzeichnung, dich zu sehen, dich zu hören, ist mein Wochenhighlight, möchte ich schon sagen. Wie schön war das, als wir noch in meiner Praxis saßen und da die Podcasts aufgezeichnet haben mit einem leckeren Latte Macchiato und manchmal eine kleine Nassigkeit dabei. Ja, sie meint Apfel. Sie meint nur Apfel. Ach so, diese mit Mandeln und Schokoladenhörnchen. Ach so, ja, 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 ja. Aber was war das für eine tolle Zeit und dann haben wir den ganzen Morgen zusammengesessen, bis du irgendwann los musstest, weil du zum Kindergarten abholen, juckeln musstest. Auch immer zu spät? Jedes Mal zu spät? Immer, immer, weil wir uns so festgequatscht haben und wir haben da sechs Stunden zusammengearbeitet. Das war so produktiv und so schön. Und ja, mit Corona hat sich alles auch für uns geändert. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das war Ende Februar, ne? Vor deinem Urlaub, am Valentinstag. Das war tatsächlich bei unserem Mamsterfrühstück am Valentinstag, weil danach bin ich ja irgendwie direkt zu krank geworden. Da hat es mich ja irgendwie so umgehauen. Und dann kam schon irgendwie das Lockdown-Ding. Ja, verrückt, ne? Ja, total. Mamsterfrühstück war das letzte Mal. Also ich finde tatsächlich die Aktualität, mit der wir die Themen gerade angehen, auch ganz gut in so Fällen, wo es halt einfach auch nach aktuellen Themen schreit. Also natürlich sind Schrei-Babys, denen ist relativ egal, was da draußen gerade passiert, nur um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Jetzt aber auf die Probleme eingehen zu können, die Mamas jetzt gerade haben, das finde ich total besonders. Was mir aber fehlt, bist du einfach. Also nicht du da in meinem Bildschirm drin, sondern du da mir gegenüber. Und vielleicht nochmal drei Meter gemeinsam laufen und eine Mittagspause machen oder… Ja, ist schon anders. Ja, finde ich auch. Also ich habe gerade gestern noch wieder so einen Melancholischen gehabt. Dieses Zwischenmenschliche, dieses Sehen, was ja sonst immer selbstverständlich war. Wenn ich mal so… Jetzt gestern hatte ich, wie gesagt, meinen kleinen Melancholischen, da habe ich wirklich ein ganz tolles Vermissungsgefühl gehabt. Auch gerade mit uns beiden scrollt man so durch die gemeinsamen Bilder. Im Jandu waren wir noch in Heiligen Hafen und haben uns das dann auch ganz gut gehen lassen und waren ganz kreativ. Und diese lustigen Fotos am Strand, welche jetzt nachweislich die letzten gemeinsamen ja tatsächlich waren, wo du schon irgendwann geschrieben hast, wir müssen dringend neue machen. Aber wie unbeschwert man da auch war. Oder das Mamsterfrühstück, wie aufgeregt wir waren, wie der Fokus da drauf war, wie toll diese Gemeinschaft war und diese Fotos. Ich habe gestern wirklich ein bisschen geweint, weil mir fehlt das so. Mir fehlt dieses selbstverständliche Zusammensein, sich in den Arm nehmen können, sich gemeinsam über etwas freuen. Natürlich können wir das immer noch, wir gucken uns bei Zoom an, aber ach, dieses Gegenüber direkt neben mir fehlt mir wirklich. Mir auch, total. Also ich habe auch mit anderen Freundinnen oder Freunden, Moment, du hast noch andere Freundinnen neben mir? Guck mal, zack, Melancholie vorbei. Nein! Wie kommst du da drauf? Sprich bitte weiter. Man überbrückt diese Phase gerade, so wie wir beide. Wir haben ja wirklich ein festes Date jede Woche. Das kann ich aber tatsächlich nicht mit allen Freundinnen so sagen. Also da habe ich manche seit vier Wochen nicht gehört, weil dieser Tag auch gerade, ich habe das Gefühl, der Tag ist so voll und so schnell um. Mega schnell um. Kaum sind wir aufgestanden. Der Trott, der ist schon so eingefahren mittlerweile, dass auch schwupps ist es wieder nachmittags, schwupps ist es schon wieder Abend, schwupps ist es schon wieder irgendwie Kinder ins Bett. Und dann sich wirklich mit Freundinnen verabreden, telefonisch, was man sonst vielleicht abends mal auf dem Vino gemacht hat oder mal morgens auf dem Frühstück, das fällt gerade total hinten über und ich merke, dass mir das total fehlt. Naja, ich bin halt auch einfach immer noch abends knülle und das ist das, was ich auch in den sozialen Netzwerken lese. Wir sind halt einfach platt nach solchen Tagen. Da wird ja immer noch so viel reingestopft, so viel Arbeit, so viel Kinderbetreuung, so viel Haushalt. Abends ist einfach irgendwann Schluss und meistens habe ich meine Worte auch einfach aufgebraucht. Also ich kann nicht, ich mag nicht mehr reden dann. Aber ja, Freundinnen fehlen total. Tatsächlich, abends habe ich regelmäßig gerade Coaching-Termine, weil viele Mamas können tatsächlich auch irgendwie am Tage das gar nicht. Wenn ich dann abends um halb zehn, zehn meinen Laptop irgendwann mal ausgemacht habe, dann kann ich noch ins Bett fallen, aber mehr ist dann da auch echt nicht mehr mit mir anzufangen. Aber da merke ich halt auch so dieses, auch selbst das mit Klientinnen, ich mache mit allen mittlerweile Zoom oder Skype oder FaceTime tatsächlich, aber ich sehe ja alle, weil auch das so fehlt, wenn man nur noch hört. Aber da denke ich auch so, was ist dieses Zwischenmenschliche? Allein, wenn du zum Kindergarten morgens gefahren bist oder zur Schule, da nochmal kurz einen Klönschnack mit einer Mama oder hier nochmal mit der Erzieherin oder mit der Lehrerin nochmal eben Hallo gesagt, wie geht's? Gibt's ja gar nicht mehr. Die einzigen sozialen, außer-menschlichen Leute, die ich sehe, sind bei Edeka, wenn ich einkaufen gehe. Und da finde ich, ist gerade total krass, dieses Mundschutz, ja, wir müssen jetzt Mundschutz tragen beim Einkaufen, aber ist euch mal aufgefallen, wie das Soziale nochmal ein Stück weiter nach hinten gerutscht ist? Du kannst die Mimik nicht mehr sehen. Also erstmal erkennst du die Leute auch gar nicht. Das ist von Vorteil manchmal auch andersrum. Ja, das stimmt. Aber erkennt man auch nicht mehr. Also bis du erstmal gecheckt hast, dass der Gegenüber ja vielleicht jemand ist, den du kennst oder nicht und mit dem du reden willst oder nicht. Ja. Das ist ja schon schwierig und dann weißt du halt gar nicht mehr, ist der dir jetzt freundlich gesonnen? Ich finde, die sind Menschen, die sind grundsätzlich böse aus. Das habe ich allerdings, darf ich das sagen, lieber Ehemann? Er meinte vorhin, er war ganz dankbar für seine Maske. Gerne hätte er den einen oder anderen die Zunge rausgestreckt. Ich dachte gerade angelächelt. Nee, er hat sich wohl über den einen oder anderen ziemlich verblüfft gezeigt. Also es gibt ja immer noch Menschen, die einfach den Mundschutz dann über den Mund tragen. Heißt ja Mundschutz und nicht Mund- und Nasenschutz. Also das ist halt auch krass. Ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, also dieses Mimik und Gestik lesen, aber auch das Gefühl, was man anderen Menschen auf einmal gegenüber hat, die man gar nicht kennt. Da denke ich halt automatisch, ohne es zu wollen, warum bringst du jetzt andere Leute in Gefahr? Warum setzt du das nicht richtig auf? Ich habe auch keine Lust darauf, aber ich werde es wohl überleben, irgendwie beim Einkaufen mal eine halbe Stunde so ein Ding zu tragen, wenn Ärzte das den ganzen Tag machen müssen, teilweise. Aber die sitzen auch im Moment noch nicht so gut. Also ich bin ja Brillenträger. Ich habe auch im Moment noch wirklich keine wirklich gute Maske gefunden. Also wenn da jemand einen heißen Tipp hat, ich bin noch nicht wirklich glücklich. Ich atme immer quasi gegen meine Brille und die beschlägt. Also ich glaube einfach, das ist noch für viele, die haben noch, also ich glaube in einem Jahr haben wir alle die perfekte Maske für uns gefunden, sofern wir sie dann auch noch tragen müssen. Aber im Moment, glaube ich, hadert jeder so ein Stück weit, weil die einfach noch unbequem sind, weil die drücken, weil die wehtun, weil die nicht perfekt sitzen, weil Brillenträger beschlagene Scheiben haben und nicht gucken können, was sie dann in den Einkaufswagen schmeißen. Was mir wirklich total fehlt und das passt auch so ein bisschen mit diesem, dass ich meine ganzen Coaching-Termine jetzt über Bild, Videotelefonie habe. Es ist was anderes, mit jemandem zu sprechen, dessen Mimik du siehst. Ja, das mag sein. Und dann auf einmal nur zu hören, finde ich sowieso schwer. Ja, aber jetzt auch dann wirklich nur die Augenpartie zu sehen und nicht zu sehen, ob da unter jemand lächelt. Und ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich lächle eigentlich immer. Ich bin immer am Strahlen und lächle auch gerne Menschen an, die mir entgegenkommen. Und ich merke richtig, wie mich das abschreckt gerade. Ich lächle und es lächelt keiner zurück. Ja, oder er lächelt und ich sehe es nicht. Oder sie lächelt und ich sehe es nicht. Mich verunsichert das, weil ich keine Reflektionen erfahre. Genau, kein Feedback. Und das finde ich gerade im sozialen Gefüge, ich finde das wirklich eine große Herausforderung. Wenn ich jetzt auch noch daran denke, dass die Kinder wieder zurück in die Schule müssen und auch die, also gerade Kinder im Kindergartenalter, die brauchen ja extrem dieses Mimikverhalten. Die spiegeln sich ja da total drin. Da guckt jemand böse mit mir oder lächelt mich jemand an. In der Schule ist das auch noch auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Wenn die kleinen Kinder jetzt auch die Mimiken von den Erwachsenen nicht mehr sehen. Ey, das ist, wundert mich nicht, dass je kleiner die Kinder, umso schreckhafter, aber auch so unsicherer werden die wieder, weil das einfach total fehlt. Und guckt uns mal an. Also mir fehlt das auch und ich bin 42 Jahre alt. Ich finde, das ist, das macht das Ganze gerade nicht leicht. Aber das ganze Sozialverhalten wird ja gerade extrem auf die Probe gestellt. Ob das jetzt die Masken beim Einkaufen sind oder eben einfach diese Auflage, dich nicht treffen zu dürfen unter bestimmten Voraussetzungen. Oder unter bestimmten Voraussetzungen geht es vielleicht noch. Aber auch da ist man immer unsicher. Okay, bringe ich jetzt jemanden damit in Gefahr, wenn ich meine Eltern in der Nähe habe oder was auch immer, ist das Risiko das wert? Also du hast ja ständig ein blödes Gefühl. Du sehnst dich nach sozialem direkten Kontakt, weißt aber eigentlich gerade nicht eine gute Idee. Also es ist irgendwie wahnsinnig schwer, den Weg zu finden, der noch gangbar ist für alle. Und jeder muss was für sich finden. Das Thema hatten wir schon mal irgendwo, wo ich Läger gesagt habe. Und dann hast du mich nicht korrigiert. Das heißt Lager. Es gibt zwei Lager. Ach so. Das Thema hatte ich gerade diese Woche auch mit einer tatsächlich Klientin. Also es sind gerade wirklich auch zwei Lager. Die einen, die haben wirklich Angst und die halten sich strikt an alle Linien, wie es da gerade vorgegeben gibt. Und dann gibt es halt diejenigen, die sagen, ich entscheide das für mich. Und ich habe, wie ich gerade so schön gehört habe, heute Schicksalsgemeinschaften gegründet, wo man sich hinter verschlossenen Tür vielleicht mit einer Familie, die man auserkoren hat, trifft. Das ist typabhängig. Auch, ich glaube, ein Stück weit, wo man wohnt. Wohnt man ländlich, wo man eigentlich jeden Fall, der Corona hätte, kennen müsste. Oder wohnt man wie wir in einer Großstadt, wo du das natürlich weißt, dass es hier Corona-Kranke gibt, aber im Zweifel ist Hamburg einfach sowieso viel zu dicht. Ich kriege das schon mit, dass Freunde, die auf dem Land wohnen, da nicht so ängstlich sind. Aber diese zwei, und dann hast du halt, also entweder triffst du dich mit der Oma und mit der Freundin und mit den Kindern und machst das mit dir aus. Oder du hältst dich halt komplett an die Vorgaben und hast Angst, dass dir jemand erzählt, dass man sich mit jemandem getroffen hat. Es ist ja irgendwie alles nicht so einfach. Du hast ja auch, also es ist ja auch, das Bedürfnis ist ja schon unterschiedlich stark. Was ist denn, also wir leben in einer Familie und auch wenn du in einer Großstadt lebst, hast du, siehst du ja wenigstens noch Menschen. Was ist denn mit den Leuten, die beispielsweise allein mit ihren Kindern zu Hause sind oder allein ohne Kinder zu Hause sind, die angehalten sind, im Homeoffice zu arbeiten, zum Einkaufen maximal irgendwie raus können, aber ansonsten halt fast gar nicht draußen sind. Ja, die dürfen sich natürlich auch ja unter offizieller, genau. Mit einer außerhalb der Familie dürfen. Aber das ist doch krass. Ja, vor allem unser Bedürfnis. Ich rede ja immer wieder gerne von unseren Bedürfnissen. Dieses emotionale Verbundenheitgefühl oder Bedürfnis, das Zugehörigkeitsgefühl. Das sind halt Grundbedürfnisse von uns Menschen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen uns verbunden fühlen. Ja, das ist halt gerade irgendwie nicht so, wie wir das gewohnt waren. Wir müssen uns neue Wege ergründen, um das wieder zu befriedigen, das Bedürfnis. Aber das, wie wir es vorher kannten, ich rufe meinen liebsten Judith an und ich treffe mich mit ihr auf dem Vino oder auf dem Latte Macchiato. Auf dem Frühstück im Morgis. Ja, genau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir vermissen euch. Ja, aber das ist es halt nicht mehr. Also wie kann ich denn mein Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, nach emotionaler Verbundenheit, wie kann ich denn das denn sonst befriedigen, wenn nicht auf alte, altbekannte Wege? Da muss ich mich erstmal auf die Suche machen. Das muss auch wieder jeder für sich finden. Dann ist es vielleicht die eine ausgewählte Freundin, mit der man auf 1,50 Meter Abstand sich im Wald trifft und spazieren geht. Oder dann ist es tatsächlich, dass man auch wirklich sich Zoom schnappt und mit einer Freundin auch eine Stunde oder zwei Stunden sich einfach abschließt in irgendeinen Raum und sagt, wir unterhalten uns jetzt, ich will wissen, wie es dir geht und ich will dich dabei angucken, dass man sich bewusst dafür wieder diese Zeit nimmt, was natürlich im Moment, wenn die Kinder zu Hause sind, einfach wahnsinnig schwer ist. Nee, und auch die technischen Möglichkeiten hat ja einfach schließlich auch nicht jeder. Ja, WhatsApp-Call, glaube ich, haben schon... Ja, aber die Erfahrung habe ich tatsächlich in der letzten Zeit gemacht. Das ist halt nicht so einfach, wie es für uns vielleicht scheinen mag manchmal. Okay. Also es gibt scheinbar auch Leute, die einfach sagen, nee, ich weiß nicht, wo ich mich da anmelden muss, ich kann mir da nichts installieren, ich will mir da nichts installieren. Ja, also ich weiß tatsächlich, mittlerweile steigen wieder viele WhatsApp-Call um. Auch hier hat mir nämlich gerade mein Mann erzählt, kann man jetzt mit acht Leuten gemeinschaftlich telefonieren. Ach, guck mal an, ja stimmt, das ist relativ neun. Das haben die jetzt gerade erst freigeschaltet. Das machen jetzt nämlich hier die Klassenkameradinnen, Mädels von meiner Tochter. Und dann ruft mich jemand auf meinem Handy an und will mich gar nicht sprechen. Das finde ich tatsächlich etwas merkwürdig, aber es finde ich toll für die. Ja, das stimmt. Aber wir müssen halt Wege finden, wie wir das jetzt befriedigen können. Also gerade diese Elementaren, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das macht ja auch was mit uns, wenn das halt gerade nicht da ist. Und wir beide müssen uns einfach treffen. Wir müssen an der Elbe mit 1,50 Meter Abstand spazieren gehen. Ich habe da so ein schönes Bändchen, wenn ich das nochmal ganz kurz erzählen darf. Die Hausaufgabe meiner großen Tochter war nämlich, macht ein 1,50 Meter Band und gebt jedem Kind das in die Hand. Die müssen es auf Spannung halten und dann dürfen sie zusammen spazieren gehen. Fand ich tatsächlich ziemlich cool. Man soll das erstmal mit den hauseigenen Kindern üben, also wenn man kein Einzelkind hat. Wenn man aber auch mit anderen Kindern das machen kann, dann verstehen sie, was 1,50 Meter ist. Und sie sehen sich und sie hatten tatsächlich auch ein bisschen Spaß dabei. Also ich nehme ein Band mit, ich gebe es dir in die Hand und ich nehme meins und dann gehen wir auf 1,50 Meter spazieren. Ich würde einfach sagen, am ausgestreckten Arm mit einem Sektglas Prost machen. Das sollte ungefähr hinkommen. Ja, wahrscheinlich. Wir werden es versuchen. Wir müssen ja nun mal irgendwann wieder Fotos machen von uns. Das haben wir festgestellt. Dann brauchen wir ein Weitwinkelobjektiv oder so. Ja, ihr Lieben. Erzählt uns doch gerne mal, wie es euch geht. Wie macht ihr das mit Freundschaften? Wie lebt ihr das derzeit? Euer Bedürfnis nach dazugehören und nach emotionaler Sicherheit. Ja, berichtet uns darüber. Genau, und ich möchte an der Stelle, auch wenn wir es eingangs schon gesagt haben, mich nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr uns folgt, dass ihr uns liked, dass ihr einfach dabei geblieben seid und uns auf eure Art und Weise immer weiterbringt und herausfordert, sodass wir alle zusammen da sind, wo wir jetzt sind. Das ist schön. Vielen, vielen Dank. An der Stelle möchte ich nochmal kurz erwähnen, schickt uns weiter eure Themenwünsche rüber, gerade wenn es auch jetzt zu der Zeit vielleicht passt, wenn euch irgendwas umtreibt, wo ihr gemerkt habt, da haben die beiden noch nicht drüber gesprochen oder zu wenig drüber gesprochen, schreibt uns gerne E-Mails oder postet das bei Instagram oder in unserer Gruppe gemeinsam aus dem Mamsterrad, worüber wollt ihr mit uns sprechen? Ist gut. Apropos mit uns sprechen, sie hört einfach nicht auf. Wir hatten ja schon unseren ersten Quarantäne-Wein, ich würde sagen, wir posten morgen den neuen Termin, oder? Absolut. Und dann stoßen wir gemeinsam mit euch an auf ein Jahr Mamsterrad und generell auf uns Mamster. So machen wir das. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020